Tempus Media Wall, der 17. und 18. September bei und am Greveschloss zur Kirche. Tempus Media Wall, ein Mittelalterfest, wie groß erklangt, mit viel Musik, Spielen und Räden. Ein Familienfest mit viel Aufwärselung, dafür so ich ein Mittelalter kann mit verschiedenen Handwerken, weil Händler im Greveschloss weisen ihr Leben am Mittelalter. Der Tempus Media Wall, der 17. September von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag, 18. September von 10 bis 6 Uhr, an einem anderen Greveschloss zur Kirche. Die Kircher Schlossferen offreieren ihr flottes Programm an einem fantastischen Kader und evitieren ihr euch das Welt und Mittelalter mit viel Musik und Animation an den Entren als gratis. Rendezvous also den 17. und 18. September um Tempus Media Wall bei und am Greveschloss zur Kirche.